Kurzfilm Hallo liebe Zuschauer, ich bin Frank Elsner. Willkommen bei Wer gehört nicht zu der Familie? Das Spiel, in dem man raten muss, welche Person kein Mitglied der Familie ist. Und nun unsere Wettkämpfe heute. Willkommen zu dem Ratespiel Wer gehört nicht zu der Familie? Heute unsere Wettkämpfe Scott Kinkel. Scott studiert Altphilologie und kommt aus dem US-Bundesstaat Kentucky. Und Carrie Osterhager. Sie studiert Deutsch an der Universität Heidelberg. Also Spieler. Wir zeigen Ihnen eine Familie. Sie müssen raten, wer nicht zu der Familie gehört. Wer ist kein Mitglied der Familie? Fangen wir nun an. Ja? Hier ist unsere erste Familie. Die Familie Schmidt. Heidi. Fritz. Hans. Sabine. Barney. Wer gehört nicht zu der Familie? Welche Person ist kein Mitglied dieser Familie? Wer gehört nicht dazu? Scott Kinkel. Ja, gut. Gehen Sie zu der Familie. Zeigen Sie uns, wer nicht zu der Familie gehört. Ausgezeichnet, Scott. Barney gehört nicht zu dieser Familie. Sie haben 100 Punkte gewonnen. Und nun die nächste Familie. Die königliche Familie von Großbritannien. Königin Elisabeth, die Zweite. Prinz Philipp. Prinz Charles. Prinzessin Anne. Prinz Andrew. Und Ludwig van Beethoven. Prinz Edward. Wer gehört nicht zu der Familie? Carrie, gut. Gehen Sie zu der Familie. Zeigen Sie uns, wer nicht zu der Familie gehört. Hervorragend. Carrie. Ludwig van Beethoven gehört nicht zu dieser Familie. Sie haben 100 Punkte gewonnen. Es ist nun ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und was ist unsere nächste Familie? Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen die Familie Obst vorstellen. Die Familie Obst. Papa Apfel. Mama Zitrone. Die Banane. Die Pappelmuse. Die Gurke. Oh nein, Carrie Osterhage. Oh nein, Carrie Osterhage. Obwohl wir oft nicht daran denken, gehört die Gurke doch zu der Obstfamilie. Tut mir leid, Carrie. Liebe Zuschauer, Carrie Osterhage hat 100 Punkte verloren. Und nun zurück zu der Familie Obst. Die Erdbeere. Die Kartoffel. Wer gehört nicht zu der Familie? Scott Kinkel, kommen Sie. Und die Kartoffel. Das ist richtig, Scott Kinkel. Die Kartoffel ist kein Mitglied dieser Familie. Sie gehört nicht zu der Familie Obst. Scott Kinkel hat mit 200 Punkten gewonnen. Gratuliere. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.